Für den Film Everest ist das eine kleine Aktion, wo man jemanden in sozusagen kompletter Expeditionsmontur einfach mal hier abseilen vom Turm. Das macht ein bisschen was her, ist durchaus respektable Höhe, wenn man mal über die Kante rüberschaut. Da sich drüber trauen, muss man erst mal. Ja, gut, klar, ich meine, hier hat man jetzt auch optimale Wetterbedingungen. Am Everest sieht das noch ein bisschen anders aus. Und vor allem kannst du noch hier ganz gut atmen, am Everest. Oben ist es dann doch durchaus schwierig im Sauerstoff. Den Turm wollten wir dann nicht gleich als volle Dröhnung geben, sondern wir haben eine Himmelbühne vom Musklergestell gekriegt. Da werden wir die Leute einhängen, ein bisschen hochfahren, ein paar Meter, je nachdem, wie es jemand aushält. Und von der Höhe dann einfach abseilen, dass man mal so ein bisschen dieses Gefühl kennenlernt, im Klettergurt zu hängen. Und dann sozusagen unter den Füßen nur noch Freiraum zu haben und dann aber sicher wieder runterkommen. Amen. Amen.